Was ist denn? Jetzt hat's oben geschlafen, oder? Schon die ganze Zeit oben. Das ist komplett weg. Ein bisschen wäre halt so ein Fisch drauf. Wie auf der Jandaltbrücke. Da muss man drei Kilometer bei Gauflüssen wohl auf die Köln. Das war's wohl der Schlimmste. Auf die Zahnkassen sie auch. Das war's. Fisch bin ich hier. Schaut aus. Das war's. Sehr sorry. Okay. 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 Wooo. Nein, das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was? Was? Das ist geil! Irgendwie fühlt sich das an wie der Kohlbimüll. Das wird ein Arsch! Bist du mir erst einmal die Pfirschtrampel schnippern? Ach so, das ist wie was für ein Arsch aus, oder? Geht das?